In diesem Video sprechen wir über fünf Eigenschaften von autistischen Menschen, welche jeder kennen sollte, der sich für das Thema interessiert. Und welche auch jeder kennen sollte, der sich vielleicht noch gar nicht so richtig etwas unter dem Label Autismus vorstellen kann. Mein Name ist Tom Harrendorf, ich bin selber mehrfach diagnostizierter Asperger-Autist. Ich bin seit über zehn Jahren in der Selbsthilfe für autistische Menschen tätig und deswegen ist es mir natürlich auch ein besonderes Anliegen, dass sehr viel mehr Aufklärung zu diesem Thema in der Öffentlichkeit geschieht. Ja, aber genug von mir, kommen wir zurück zum Thema dieses Videos. Fünf Eigenschaften von autistischen Menschen. Ich bin mir sicher, dass ganz ganz viele der, die jetzt dieses Video hier schauen von euch, schon mal das ein oder andere über Autismus gehört haben. Man hat zum Beispiel gehört, dass Albert Einstein eventuell Autist gewesen sein soll. Man hört immer mal wieder, dass Elon Musk eventuell das Asperger-Syndrom eine Form von Autismus haben soll oder auch von Greta Thunberg ist es ja ganz bekannt, dass Greta Thunberg das Asperger-Syndrom hat. Was aber Autismus ganz genau ist, das wissen die allerwenigsten Menschen. Autismus, das muss man dazu sagen, ist klassifiziert im ICD-11. Das ist die neueste Version dieses internationalen Klassifizierungs-Klassifikationssystems der Krankheiten und Störungen als eine neurologische Störung. Das war vor ein paar Jahren noch anders, denn im ICD-10 und auch im DSM-5 ist Autismus noch klassifiziert als eine sogenannte tiefgreifende Entwicklungsstörung des Kindes- und Jugendalters. Das sind natürlich jetzt erstmal ganz komplizierte Begriffe und nicht jeder kann sich natürlich gleich etwas darunter vorstellen. Es ist mir nur sehr, sehr wichtig an dieser Stelle anzumerken, dass Autismus einen gewissen Störungswert hat. Das mag man nicht unbedingt glauben, wenn man jetzt solche Namen hört wie Albert Einstein, wie Elon Musk oder auch Greta Thunberg, dass es sich dabei tatsächlich um eine Störung handelt. Zumindestens nach den offiziellen Klassifikationssystemen ist das allerdings der Fall. Welche Eigenschaften haben denn nun aber autistische Menschen ganz konkret? Bleiben wir einmal beim brandneuen ICD-11, der übrigens erst seine weltweite Gültigkeit ab dem 01.01.2022 bekommen hat. Die erste Eigenschaft, der erste Symptomkomplex von autistischen Menschen ist der folgende. Und zwar langanhaltende Defizite bei der Initiierung und Aufrechterhaltung sozialer Kommunikation und wechselseitiger sozialer Interaktionen. Und zwar in einem Maße, ja wir sprechen hier von Defiziten in einem Maße, dass diese Initiierung und diese Art der Kommunikation untypisch ist, wenn man das Alter und das Niveau der intellektuellen Entwicklung der entsprechenden beziehungsweise individuellen Person berücksichtigt. Das ist an dieser Stelle erstmal ganz, ganz wichtig. Das heißt in einem Satz zusammengefasst, Menschen mit Autismus haben ganz, ganz große qualitative und quantitative Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion. Jetzt listet der ICD-11 auch noch einige Punkte auf, um das mal so ein bisschen zu konkretisieren, von denen ich hier für dieses Video mal den einen oder anderen Punkt rausgreifen und besprechen möchte. Und zwar, was sind denn so typische Beispiele, was diese quantitativen und qualitativen Auffälligkeiten anbelangt? Dazu zählen unter anderem unangemessene Reaktionen auf verbale oder nonverbale Signale anderer Menschen, beziehungsweise ein grundsätzliches Unverständnis von zum Beispiel der Kommunikation über Gestik und Mimik. Dabei haben Autisten nicht nur typischerweise Probleme damit, nonverbale Signale bei anderen zu verstehen und richtig zu interpretieren, sondern sie haben auch selbst ganz, ganz große Schwierigkeiten über Gestik und Mimik mit anderen zu kommunizieren. Aber nicht nur die nonverbale Kommunikation kann bei Autismus auffällig sein und ist es auch in 99% der Fälle, das muss man hier ganz klar sagen. Nein, auch das gesprochene Wort kann bei Menschen mit Autismus auffällig sein. So haben Autisten ganz, ganz häufig zum Beispiel eine sehr mechanische, fast roboterhafte Art und Weise zu sprechen, weil sie zum Beispiel eine sehr abgeflachte Stimmmelodie haben oder aber, weil sie die Sätze, welche sie sprechen, auf eine für den Hörer merkwürdig anmutende Art und Weise betonen. Dass es so wirkt, dass die Betonung an der falschen Stelle sitzen würde, dass die einen Worte überbetont werden, wo eigentlich gar keine Betonung sein sollte. Naja, und andere Worte, die ja mehr betont werden sollten, da ist vielleicht zum Beispiel gar keine Betonung. Man muss auch dazu sagen, dass es ganz, ganz viele Autisten tatsächlich gibt, auch mal wieder ein starker Kontrast zu Albert Einstein oder Elon Musk oder Greta Thunberg, welche niemals eine verbale Sprache erwerben. Es gibt einen nicht geringen Anteil von autistischen Menschen, welche niemals sprechen, welche ihr Leben lang stumm bleiben. Das macht natürlich auch so ein bisschen verständlich, wo dieser Begriff Autismus, das kommt aus dem Griechischen von in sich selber sein, für sich selber sein, sozusagen in sich selber gefangen sein. Dass eben autistische Menschen ganz, ganz häufig nicht die Fähigkeit und nicht die Möglichkeit haben, mit anderen und ihrer Umwelt so in Interaktion zu treten, wie es vor allen Dingen nicht autistische Menschen tun, aber auch ganz, ganz häufig, wie sie es sich selber wünschen. Ansonsten muss man zur Kommunikation auch noch sagen, dass Autisten häufig große Probleme haben, implizite Bedeutungen in der gesprochenen und auch geschriebenen Sprache zu verstehen, dass sie häufig ein sehr konkretisiertes Sprachverständnis haben. Das heißt, sie nehmen alles wörtlich, sie verstehen deswegen ganz, ganz häufig zum Beispiel auch Witze nicht. Und das alles ist für sie natürlich sehr schwierig, dann mit anderen Menschen erfolgsversprechend zu kommunizieren. Andere Menschen sind häufig auch verwirrt von Menschen mit Autismus, weil diese wiederum die Autisten nicht verstehen oder nicht verstehen. Was versteht denn jetzt gerade der Autist an meiner Aussage nicht? Ich habe mich doch so deutlich ausgedrückt. Ja, das sind alles Kommunikationsschwierigkeiten, welche Menschen mit Autismus haben. Bevor wir zum nächsten Symptomkomplex aber übergehen, und das sind Stereotype, repetitive Interessen und Verhaltensweisen, möchte ich noch eine Sache sagen zum Thema Blickkontakt. Denn ich weiß, eins der ersten Sachen, welche man zum Thema Autismus hört oder liest, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ist, dass Autisten keinen Blickkontakt halten könnten. Ja, Autisten haben häufig Schwierigkeiten, einem in die Augen zu schauen und so weiter und so fort. Ja, das ist auf der einen Seite richtig, aber es ist nur zum Teil richtig, denn Menschen mit Autismus, da sie ja eben nonverbale Signale bei anderen gar nicht verstehen, sehr, sehr häufig, da sie diese nonverbalen Signale häufig auch gar nicht bemerken, wissen in den meisten Fällen gar nicht, dass der Blickkontakt überhaupt eine bedeutende Rolle spielt. Ich zum Beispiel habe erst mit 17 Jahren überhaupt bemerkt, dass Menschen, wenn sie miteinander sprechen, sich gegenseitig in die Augen schauen, dass sie sich gegenseitig ins Gesicht schauen. Und das habe ich auch nur deswegen bemerkt, weil ein Klassenkamerad es mir gesagt hat. Vorher habe ich davon nichts bemerkt. Und so muss man diese Aussage, dass Autisten andere nicht in die Augen schauen könnten, ein bisschen einschränken. Sie können es vielleicht manchmal wirklich nicht, wenn sie schüchtern sind. Aber in den meisten Fällen ist der Grund, warum Autisten andere nicht in die Augen schauen, schlicht und ergreifend der, dass sie gar nicht wissen, dass das elementar wichtig ist für die Kommunikation mit anderen Menschen und es deswegen schlicht und ergreifend gar nicht tun. Ja, so viel mal zum Thema quantitative und qualitative Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion beziehungsweise anhaltende Defizite in der Initiierung und Aufrechterhaltung sozialer Kommunikation, wie es im ICD-11 heißt. Jetzt gibt es einen zweiten ganz, ganz großen Symptomkomplex. Ich habe es gerade schon gesagt. Das sind diese repetitiven Stereotypen, Verhaltensweisen, Routinen und Interessen. Wie verhält es sich damit? Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass autistische Menschen ein großes Bedürfnis danach haben, alle ihre Tage sehr, sehr gleichförmig zu verleben. Sie stehen häufig um dieselbe Uhrzeit auf, sie tragen häufig immer dieselbe Kleidung, essen immer dasselbe, gehen zur selben Zeit, schlafen und so weiter und so fort. Etwas, das man von schwerst betroffenen Autisten kennt, etwas, wo man auch in den Medien relativ schnell von hört, wenn es um das Thema Autismus geht, das ist zum Beispiel, dass Autisten auch häufig ganz gleichförmige Bewegungen machen, dass sie zum Beispiel mit ihrem Oberkörper ständig schaukeln und schwerst betroffene Autisten vielleicht auch mit einer geistigen Behinderung, ja, da kann es sogar so weit gehen, dass Autisten weite Strecken des Tages damit zubringen, zum Beispiel immer wieder eine Türklinke herunterzudrücken oder eine Tür immer auf und zu zu machen, auf und zu zu machen oder anstatt mit einem Auto zu spielen, so wie es andere Kinder tun, vielleicht auch mit anderen Kindern in ein gemeinsames Spiel zu gehen, sieht man bei diesen autistischen Kindern sehr, sehr häufig, dass sie das Auto immer nur repetitiv hin und her schieben oder dass sie anfangen, an den Rädern des Autos zu drehen und das Spiel als solches mit dem Auto scheint keine tiefere Bedeutung zu haben. Es wird einfach immer nur eine mögliche Funktion dieses Spielzeuges immer und immer wieder benutzt. Eine Sache, die ganz, ganz bekannt ist im Hinblick auf Autismus, insbesondere wenn man vom sogenannten Asperger-Syndrom spricht, einer Form von Autismus, bei der es keine geistige Behinderung geben darf, nach den Diagnose-Kriterien noch des ICD-10, denn im ICD-11 wurden die Unterformen, die alten Unterformen von Autismus, Asperger-Syndrom, frühkindlicher Autismus, Artebüscher-Autismus, alle in einem Spektrum zusammengefasst, sind die sogenannten Spezialinteressen. Autisten haben Spezialinteressen. Das ist auch so eine Headline, die man immer und immer wieder liest. Das ist so ein Schlagsatz, den man immer wieder hört. Was heißt das? Sie haben Spezialinteressen. Intellektuell begabte Autisten leben ihre repetitiven Beschäftigungen nicht nur damit aus, dass sie immer eine Türklinke hoch- und runterdrücken oder an einem Rad von einem Auto drehen. Sie haben teilweise intellektuelle Interessensgebieten, welche allerdings auch sehr eng umgrenzt sind und bei denen sie sich immer wieder mit ein und derselben Sache beschäftigen. Mathematik wäre so ein Klassiker. Computer wäre so ein klassisches Beispiel. Physik wäre ein klassisches Beispiel oder Biologie etc. etc. Aber nochmal, es handelt sich hierbei um ein Spezialinteresse. Und warum ein Spezialinteresse? Weil sich Autisten dann ausschließlich mit diesem einen Thema von morgens bis abends beschäftigen. Und ganz, ganz große Probleme haben, ihren Aufmerksamkeitsfokus zu diversifizieren und auch auf andere Interessensgebiete zu lenken. Das heißt, Autisten haben nicht verschiedenste Hobbys, sondern sie beschäftigen sich immer nur mit dieser einen Sache und können dann in diesem Gebiet, da sind wir jetzt wieder bei Herrn Einstein, übrigens, kleine Anmerkung von mir, es ist etwas fraglich, ob Einstein tatsächlich eine leichte Form, wenn auch von Autismus, gehabt haben soll. Ja, das als kleine Zusatzbemerkung. Aber es wird ihm häufig nachgesagt. Hier würden wir aber zumindest den Einstein wieder sehen, der sich massiv mit der Physik ständig beschäftigt. Und hier können Autisten auch große Kenntnisse und tiefe Fertigkeiten erlangen. Aber wie gesagt, nur in einem sehr eng umgrenzten Interessensgebiet. Ein Beispiel, das ich zur absoluten Verdeutlichung hier noch geben möchte, ein tatsächliches Beispiel eines mir bekannten Asperger-Autisten, ist, dass dieser Autist seine Lebenszeit damit zugebracht hat, Weizenkörner zu klassifizieren. Das heißt, er hat ganz verschiedene Weizensorten gesammelt und zu Hause in seiner Wohnung unter Glaskästen aufbewahrt, hat die klassifiziert, beschrieben und so weiter und so fort. Und seine größte Leidenschaft waren eben Weizenkörner. Und hier verstehen wir schon, was es heißt Spezialinteresse, sich mit einem ganz eng umgrenzten, sehr eng umgrenzten Interessensgebiet ständig und immer zu beschäftigen. Und dieser Symptomkomplex ist auch ein ganz typisches Merkmal von autistischen Menschen. Entweder bei intellektuell begabten Autisten in Form dieser Spezialinteressen oder aber in den ausgeprägten Routinen und repetitiven Verhaltensweisen, wie zum Beispiel das repetitive Benutzen, Verwenden von Gegenständen beziehungsweise Teilaspekte bestimmter Gegenstände, wie das Rad von einem Spielzeugauto. Die dritte Eigenschaft von Autisten nach ICD-11. Und zwar, die Störung beginnt während der Entwicklungsphase, typischerweise in der frühen Kindheit. Aber charakteristische Symptome können sich möglicherweise erst später vollständig manifestieren, wenn die sozialen Anforderungen die begrenzten Fähigkeiten überschreiten. Was heißt das? Das heißt zum einen erstmal, und das ist eine ganz, ganz wichtige Information, dass Autismus etwas ist, das angeboren ist. Autismus hat eine erhebliche genetische Komponente. Es gibt allerdings auch bestimmte bekannte Risikofaktoren, welche in der Wechselwirkung mit dieser genetischen Veranlagung dann dazu führen, dass Kinder bereits autistisch auf die Welt kommen. Das heißt, Autismus ist keine Persönlichkeitsstörung, zum Beispiel, wie die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Autismus ist tatsächlich eine neurologische, angeborene Störung. Und deswegen sind natürlich eigentlich die autistischen, ja, wie möchte ich das sagen, Eigenarten schon seit jeher da. Oder wie es hier heißt, seit der frühesten Kindheit. Aber die zeigen sich eventuell erst im späteren Alter. Zum Beispiel beim Eintritt in die Pubertät. Warum ist das so? Naja, klar, wenn jemand bestimmte soziale Schwierigkeiten hat, Schwierigkeiten in der Interaktion mit anderen, wenn man vielleicht Probleme hat, implizite Bedeutungen zu verstehen, wenn man mit anderen sich unterhält, das ist als Baby ja vielleicht noch gar nicht sichtbar. Kann aber sehr schnell sichtbar werden, zum Beispiel in der Pubertät, wenn zum Beispiel die Interessen der Klassenkameraden jetzt plötzlich um Dating, um uns flirten und um Sexualität anfangen, sich zu drehen und ein autistischer Junge oder ein autistisches Mädchen dann plötzlich die Welt nicht mehr versteht. Zum Beispiel, weil ja auch unsere Sprache, was das Thema Sexualität, Liebe, Flirten, Beziehung und so weiter anbelangt, häufig sehr implizit ist und wenig konkret. Es werden Andeutungen gemacht, dass man ihn oder sie attraktiv findet, dass man was von dem möchte, dass man ihn vielleicht sogar liebt. Ja, und das ist dann eine Welt, zu der haben autistische Menschen häufig keinen Zugang mehr, weil sie diese Andeutungen in der Kommunikation nicht mehr verstehen und werden so ganz, ganz häufig Außenseiter, zum Beispiel in der Klasse und werden sehr, sehr häufig auch Mobbingopfer dann, werden von der ganzen Klasse gemobbt und leiden dann auch in der Folge unter einer ganz großen Einsamkeit, welche für Autisten sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Ja, das ist also ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es sich bei Autismus nicht um eine Persönlichkeitsstörung handelt. Und auch deswegen ganz, ganz wichtig zu verstehen übrigens, weil in den sozialen Medien häufig zum Beispiel so Sachen gesagt werden, wie der oder die Politikerin wäre autistisch. Ja, das ist ein autistisches Verhalten von dem oder der Politikerin. Ja, das ist ein bisschen ungeschickt, das zu sagen, denn wie gesagt, Autismus ist eine neurologische Störung, die ist angeboren. Betroffene haben sich das nicht ausgesucht. Autismus ist eine anerkannte Behinderung und da sollte man mit solchen Sprüchen immer etwas vorsichtig sein. Ja, es ist auf jeden Fall etwas unschön für viele Betroffene, weil damit natürlich auch das Wort Autismus, Autismus, Autistischsein negativ besetzt wird. Es wird auch so getan, als könne man da etwas gegen machen. Kann man aber nicht, weil es angeboren ist. Viertens, ein ganz wichtiger Punkt. Die Symptome führen zu erheblichen Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Das ist ein Muss-Kriterium nach ICD-11. Und übrigens auch schon in etwas anders abgewandelter Form ein Muss-Kriterium nach ICD-10 und auch nach DSM-5, wo es natürlich diese Störung auch gibt. Warum ist es ganz, ganz wichtig, das zu erwähnen? Weil das bedeutet natürlich, dass mit Autismus auch ein gewisser Leidensdruck für die Betroffenen einhergeht, dass Autismus etwas ist, das zu Problemen führt. Und in der aktuellen Debatte in den sozialen Medien sieht man es ganz, ganz häufig, dass Autismus, ja, ich möchte nicht sagen verherrlicht wird, aber dass das, ja, teilweise vielleicht sogar idealisiert wird. Dass man zum Beispiel sagt, Greta Thunberg, das ist ja eine junge, so begabte, so geschickte Politikerin und die hat Asperger oder Elon Musk hat Asperger oder Albert Einstein wäre Autist geworden, ja. Durch diese mediale Vermarktung des Autismusbegriffes ist es dazu, kommt es dazu, dass Autismus mitunter sogar, das ist jetzt ein kontroverses, heikles Thema, ich möchte es aber trotzdem ganz kurz erwähnen, eine mitunter begehrte Diagnose sogar ist, weil man hier einfach schlicht und ergreifend, ja, so ein bisschen den Flair der Hochbegabten, der besonderen Menschen hat. Und dabei geht so ein bisschen verloren, dass Autismus in erster Linie eine Störung ist und dass eine Diagnose wirklich auch nur dann vergeben werden darf. Wie gesagt, das eben vorgetragene, der vierte Eigenschaftskomplex ist ein Muss-Kriterium, wenn es dadurch, durch diesen Autismus, auch tatsächlich zu alterspraktischen Problemen kommt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, jetzt gibt es noch einen fünften Eigenschaftsbereich, über welchen ich ganz kurz, ganz, ganz dringend noch mit euch sprechen muss. Und das ist der Eigenschaftskomplex der sogenannten Wahrnehmungsbesonderheiten. Das ist leider, das muss man ganz klar sagen, kein Symptomkomplex im brandneuen ICD-11, sehr wohl aber im DSM-5, der einige Jahre früher erschienen ist. Ich bin mir sicher, jeder, der diesem Kanal hier folgt, der weiß, was der DSM-5 ist. Ja, das ist das amerikanische Klassifikationssystem für psychische Störungen. Ja, auch da gibt es Autismus. Da gibt es dieses Symptom der Wahrnehmungsbesonderheiten. Und der ICD-11 orientiert sich relativ stark am DSM-5, aber leider ohne den Symptomkomplex der Wahrnehmungsbesonderheiten. Und das ist für Betroffene und auch für viele Fachleute, ja, schwierig, schwierig, stößt auf viel Kritik. Es ist tatsächlich so, dass nicht alle Autisten über Wahrnehmungsbesonderheiten verfügen. Und, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn Wahrnehmungsbesonderheiten vorliegen, je nach Studie sind das bei 70 bis 80 Prozent aller Betroffenen, sind diese im Kindes- und Jugendalter stärker als im Erwachsenenalter, haben eine Neigung dazu, im Laufe des Erwachsenwerdens weniger zu werden. Deswegen ist es natürlich auch irgendwo verständlich, dass das nicht als ein, ja, vielleicht auch irgendwo nicht als ein Muss-Kriterium im ICD-11 aufgeführt wurde. Aber 70 bis 80 Prozent Wahrnehmungsbesonderheiten bei autistischen Menschen, das ist sehr viel mehr, als Menschen ohne Autismus-Wahrnehmungsbesonderheiten häufig mal aufweisen. Und würde sich somit eigentlich als ein Diagnose-Kriterium, ein Unterscheidungskriterium, zumindest statistisch, zwischen einem autistischen Menschen und einem nicht-autistischen Menschen eignen. Aber was sind denn jetzt diese Wahrnehmungsbesonderheiten? Ja, Wahrnehmungsbesonderheiten bedeutet, dass ein autistischer Mensch zum Beispiel ein überempfindliches Gehör hat. Sei es auch nur auf bestimmte Geräuschfrequenzen, Geräuschfrequenzen, die vielleicht andere gar nicht hören können. Wahrnehmungsbesonderheiten können auch heißen, dass es eine Reizfilterschwäche gibt. Das heißt also, dass kleinste Geräusche, welche als störend wahrgenommen werden, vom Betroffenen nicht ausgefiltert und automatisch ausgeblendet werden, sondern dass diese die ganze Zeit wahrgenommen werden müssen. Ich zum Beispiel habe das Problem mit meinem Nachbarn, der hat ab und an manchmal Musik an und ich höre die ganz leise durch die Wände. Wirklich nur ganz leise. So, dass ich, ja, wenn ich ganz fair, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht zu ihm rübergehen kann und sagen kann, ey, mach mal deine Musik leiser. Das ist ja unerhört, wie laut du Musik hörst. Weil er die Musik nicht laut hört, ich höre sie trotzdem ein bisschen und ich kann sie nicht ausfiltern. Und das quält mich teilweise massiv. Oder aber, dass autistische Menschen Probleme haben, wenn mehrere Leute um einen Tisch herum sitzen, eine Person noch zu verstehen, weil er das Stimmgebrabbel der anderen Menschen, die daneben sitzen, nicht ausfiltern kann. Und somit ist alles nur eine breige Masse aus irgendwelchen Stimmlauten und der Betroffene versteht nichts. Wahrnehmungsbesonderheiten kann aber auch zum Beispiel heißen, empfindlich auf Licht zu sein. Manche Autisten sind sogar vom Sonnenlicht geblendet, sind dazu gezwungen, ständig mit einer Sonnenbrille rauszugehen, auch im Winter oder bei bewölkten Himmel. Ich kenne sogar einen Autist und ich weiß, das hört sich unfassbar an für Leute, die mit dem Thema Autismus nicht viel zu tun haben. Aber ich kenne zum Beispiel einen Betroffenen, der muss immer mit einer Nachtmaske schlafen, weil ihnen das Licht, welches durch das Schlüsselloch in den Raum fällt, nachts einfach stört, nachts einfach blendet, wie er sagt. Zumindest aber hat er auch Probleme, diesen Lichtreiz auszufiltern, aufzuhören, sich darauf zu konzentrieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Wahrnehmungsbesonderheiten können alle Sinnesorgane, die der Mensch hat, betreffen, auch den Tastsinn, auch den Geschmackssinn. Dass da zum Beispiel jemand ist, der alle Speisen als sehr, sehr salzig wahrnimmt oder als bitter oder Salz gar nicht wahrnimmt oder der zum Beispiel ein sehr vermindertes Schmerzempfinden hat. Es gibt zum Beispiel Autisten, die spüren nichts, wenn sie sich in den Fingern schneiden oder wenn sie sich stoßen. Sie bekommen blaue Flecken oder Abschürfungen und sagen, ich habe das nicht gespürt, weil sie körperlich einfach, was ihren Tastsinn anbelangt, so sehr unterempfindlich sind. Also wie gesagt, Wahrnehmungsbesonderheiten können vorkommen, können alle Sinne betreffen und sind sehr, sehr belastend, auch für die Betroffenen. Sie nehmen die Welt häufig als viel zu laut wahr, viel zu bunt wahr. Das empfinden es so, als wäre überall grelles Licht, können bestimmte Töne nicht ausfiltern und so weiter und so fort. Und jemand, ein Kind, das sich ständig verletzt und es nicht merkt, das ist auch nicht ganz ohne Risiko, das ist auch nicht, denn dann wird das Kind natürlich auch nicht lernen, was kann ich meinem Körper, was darf ich meinem Körper zuführen und was nicht. Wenn ich keinen Schmerz empfinde, wenn ich mich schneide, wird es mir eventuell egal sein, mich zu schneiden und dann schneide ich mich immer mehr und ich werde unachtsam und dann ist vielleicht, krass auszudrücken, der Finger vielleicht irgendwann einmal ab. Ja, und das können wir natürlich dem Kind nicht wünschen. Ja, das wären einmal fünf Eigenschaften, fünf ganz, ganz typische Symptomkomplexe, welche Menschen mit Autismus betreffen. Ich hoffe, dass ich dadurch das Thema Autismus eventuell ein bisschen näher bringen konnte für alle diejenigen, die sich dafür interessieren oder noch nie davon gehört haben. Natürlich ist alles, was ich gesagt habe, nicht vollständig. Autismus ist ein Thema, da kann man so dicke Bücher zu schreiben, zu lesen und hat immer noch nicht alles auf dem Schirm, was es dazu zu sagen gibt. Und auch jeder Autist ist unterschiedlich. Ich habe es in diesem Video auch gesagt, es gab früher verschiedene Formen von Autismus. Das deutet ja auch schon so ein bisschen an, dass Autisten untereinander sehr unterschiedlich sein können. Es ist ein sehr komplexes Thema. Seid also auch mir bitte wohlgesonnen und nachsichtig, wenn ich in diesem Video den einen oder anderen Aspekt nicht vollständig ausführen konnte. Wer sich, was das Thema anbelangt, noch näher informieren möchte, für den habe ich jetzt ganz zum Abschluss hier noch eine Buchempfehlung mitgebracht. Die halte ich hier mal ins Bild. Und zwar, das ist ein relativ neues Buch von der Autismus-Expertin Daniela Dankova. Das Buch heißt Autismus-Spektrumstörung, Asperger-Syndrom. Und hier werden insbesondere für Autisten ohne Intelligenzminderung in Bezug auf Autisten ohne Intelligenzminderung ganz viele neue Studien auch vorgestellt. Da wird zum Beispiel einem Mal vermittelt, dass Autisten auch eine soziale Geruchsstörung haben können. Dass Autisten also zum Beispiel Angstschweiß und Sportsschweiß falsch einschätzen. dass sie paradox auf Angst und Sportsschweiß reagieren. Und es werden vor allen Dingen auch ganz, ganz viele Tipps gegeben, was das soziale Miteinander anbelangt. Sowohl für Menschen mit Autismus. Wie kann ich besser umgehen mit meinen Mitmenschen? Was gibt es da? Ja, was sollte ich da wissen? Was muss ich da bedenken, dass das Miteinander besser gelingt? Aber auch für Angehörige, für Freunde, Eltern, Ehepartner gibt es da ganz, ganz viele praktische Tipps auch. Was den Umgang mit dem Thema Autismus anbelangt. Das Buch verdiene ich übrigens nichts dran, dass ich das hier empfehle. Ich empfehle das von Herzen, weil es ist ein gutes Buch für diejenigen, die sich da tiefer gehen, noch mit beschäftigen möchten. Einen Link dazu findet ich auch in der Videobeschreibung. Und ja, ich bedanke mich von Herzen für alle, die bis zu diesem Zeitpunkt hier dabei geblieben sind, welche mir auch die Gelegenheit haben, mein Herzensthema euch mal ein bisschen näher zu bringen, vorzustellen. Und ich wünsche jedem, der dieses Video sieht, alles Gute auf seinem Lebensweg. Wünsche ihm nur das Beste. Haltet die Ohren steif. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.